Dear brothers and sisters in Christ, we are here to give this morning in the Catholic Church of the Bargain and Pana, whose name is holy man for our dear Bishop Albert, Pedro, Bargain and Miracles of Early Life, as we, the Father, called him after long time through his kingdom in Bethlehem. We express my goodness and the President of the Irish of Hoytman, who are representing General Bittler, the clergy, the religions and the family of the late Bishop. I would like to greet the Metropolitan Bishop of Kampala, of Monterey, of English and Civilist and all the people present there. We are in this season of Easter. You record this time, 50 days. The liturgy, every day, celebrates with joy and gladness the resurrection of our Lord, Jesus Christ, from the dead. There is no description in the Gospels of the resurrection because it is an abandoned art of the human experience. So, there is no person to describe in which way the resurrection happens. But the resurrection is the main mystery of the Christian faith. And the day of the resurrection is the most important and the most beautiful day of the history. the resurrection, no human being. That was burned and that was burned and that was burned and that was burned. In the reason he became again alive. Only Jesus Christ. It is not possible to describe the resurrection, but there are parts of these many great signs of the resurrection. The first sign is the empty tomb of the dead after the suffering. But in the Beat vitamin and the women went to the tomb to complete the resurrection of the civilization of Jesus Christ. Denn es war nicht möglich für die Fehlung des Easterners. Aber wenn wir in der Lage sind, die Jesus zuerst war, Und es gab einen Anselm, der sagte, dass es nicht hier ist, dass es nicht hier ist. Denn sie haben nicht nur an den Rest, dass es nicht nur an der Jesus Gottes wurde, sondern auch an der Beobachtung, wie es nicht auf der Bedeutung war, sondern nach dem Zirkusen. So, we close the hope of Jesus, not touching for any people that remain in His works to cover the world. So, the women, we meet as women, we have these news beside us. And, from the way, Jesus himself appeared. He said, hey, would you be afraid? Oh, and my brethren would die, and bear, when it will see me. The apparitions of Jesus, during the 30 days between the resurrection and the ascension, are also found outside of the resurrection. Jesus, he did not be to all the people. Specifically, Jesus, Jesus did not be to the people who, from there in the kingdom, were by priests and kitesh. He subscribed, and remembered by the king Herod, and also the Lord of the Kawhi, that the God will crucify the people who crucified Him. Jesus appeared only to be selected. und die Apostel sind erstes im Gethäben. Hier wurde mit den Geschenksten von Einbraten, und die Einbraten von Apostel. Die Apostelin und Herr Amenus sind auch mit 4.9 Menschen, und da sind John Jesus. Er wurde von 5.5 Jahren geborgen, und die Apostelinnen Die Apostelgeschichte sind die ersten Wittnesse der Resurrecke. Especially St. Peter ist die erste Wittnesse der Resurrecke. Die Apostelgeschichte sehen die Resurrecke, aber die Menschen sind nicht so, die Christen waren. In der Verschritte, der Meister von den Apostelgeschichte, der ist die Sermon für St. Peter, in der Day of Pentacles, der ist die Sermon über die Predigung von St. Peter. Text und Text im Auftrag des Wittnesse, von Christian, von Christian, Genug des Wittnesse, der Sprecher von Christen, die Die Person der Erlösse und der Licht ist nicht geschade. Aber Gott hatte vieles ab, aber nicht möglich, dass es nicht möglich war, dass ihn nicht möglich war, dass er nicht möglich war. Er war nicht möglich, dass er nicht möglich war. Aber die Soldaten, die Soldaten waren, sie waren bereit, die Probleme waren, die Entdeckte zu verfolgen, die die Erkunfts in der Temple der Jerusalem war. Und wir haben die Antworten, die Erkunftsfragen. Er sagte, dass seine Beziehungen nach dem Leben kam und ihn in den Weg, weil wir in den Weg liegen waren. Also St. Hobbes ging es auch nicht, aber es war möglich für die Soldaten, in den Weg liegen, zu sehen, dass die Beziehungen in den Weg kommen, in den Tommen von Eten. Aber das war eine Entscheidung, die die Menschen, die sie hier in der Welt, die sie hier in der Welt waren. Er ist tot, er ist mit dem Namen der Jusen, der ist der Perfektion. Apostel, Paul, der Body of Jesus. In dieser Weise, er hat die Rissen, nicht die Hacette und die Ressurrenzen. Jesus, die in der Tatier, ich will, und ich habe die Bibel, so, die sie haben, was responsabilisiert, die in den letzten Jahren, die in den letzten Jahren, die in den Jahren, die in den letzten Jahren, die in den Tagen, die in den Tieren, die in den Tieren und den Tieren, die in den Tieren, Es ist nicht nur die Ressurreczion, die Jesus mit der Ressurreczion hat. Es ist die Zeit der Ressurreczion in der letzten Zeit, die Jesus mit der Ressurreczion hat. Es ist nicht nur die Ressurreczion, sondern es ist auch die Ressurreczion für jeden Tag. Jeden Tag gibt es Sons für die Ressurreczion. Jeden Tag, in der Geschichte, in der Zeit der Ressurreczion, es gibt Sons, Menschen, 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 die Jesus mit der Ressurreczion hat. Und ich möchte, endlich, zu erinnern, was die Jesus mit der Ressurreczion, von der Heiligen Vater von Francis, den der Death in St. Peter, in der Vatican. In Jesus, the passage from humanity, from death to life, sin, grace, fear, confidence, and desolation in communion is being made. Easter means a passage, a passage from the people Israel, from the slavery of Egypt, the liberation, the promise of memory, passage of the engine, the little key, the first words of the Jews, the key, or the first words of the Egyptians, the people, the sick, the poor, the elderly, and the poor suffering, that they may experience the passage from affliction to consolation. He called on everyone to remember and rejoice that the Lord has given us a bridge to love in the fetal death, made in France the most important community in the area of history. He called on the example of the first disciples, witnesses of the resurrection, the poor describing how they all harried tell others its good news, may we do, may we face the progress on the journey of the cyclical trans, trans-demon individuals, peoples, and nations. May we allow ourselves to experience the amassment of the eternal proclamation of Easter, that the light that deluded the darkness and the gloom in which all too often our world binds deep, itself enveloped. Amen. Yes, priest, my Lord is the horizon. Christ indeed, from death is risen, and the new life obtained. Amen. Amen. Amen.